Was geht Leute? Hamburger Angst ist hier und herzlich willkommen zu einem Video der anderen Art heute mal. Heute heißt es mal Kevin gegen Danny, also aka ProOwns. Und wenn ihr mal eine Revanche macht, ihr wisst ja nicht wie das Spiel ausgegangen ist, dann gebt doch mal gerne einen Daumen nach oben, damit wir sehen, okay, ihr wollt ganz gerne Revanche haben. Ich hab das jetzt einfach mal zusammengeschnitten aus dem Stream, weil sehr viele sich gewünscht haben, ey, spiel auch mal gegen ProOwns und lad das bitte hoch, messt dich mal mit ihm. Und dementsprechend hab ich jetzt mal die Stream-Ausschnitte, da hab ich gegen ihn gespielt und dort, die hab ich dann für euch zusammengeschnitten, mit ein bisschen Musik hinterlegt. Natürlich, weil auch Copyright-Musik natürlich auf Twitch ist. Wie gesagt, auf Twitch geht's immer ordentlich ab. Schaut bei uns beiden vorbei, alles ist verlinkt, auch Danny da unten. Und ja, würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Kommt rein, es sieht gut aus, die Latenz ist da. Let's go. Nick BVB ist ein Game Attacker, was trotzdem Kevin von den Hamburger Jens ist. Jo, perfekt fast. Nice, schauen wir mal, was er für ein Team hat. Jo, nimmt man so mit, ne? Von Aldrin von Bale, drei Legenden und Bartland im Tor. Bartland muss einfach sein, Glück ist da, aber da würde der Ball niemals durchkommen. Oh, ich kenn ja meine Pässe heute. Und da wird der Ball nicht gespielt. Oh, auf der anderen Seite ist er frei. Oh, unten, da ist Bail. Was? What the fuck? What the fuck? Noch nie gesehen, so ein Tor, ganz ehrlich. Sowas kann nur heute passieren. Ich krieg' Cancer, Digga. Was war das für ein Pass? Was war das für ein Pass? Das ist genauso wie das erste Tor. LoL! Komplett sinnlos. Warte, sieht man das? Was macht Chiellini da? Unfassbar, Digga. Da vorne klappt es ein bisschen. Ich darf hinten einfach kein Bad Pässe spielen. Aber jetzt schießt ich den Ball nur noch hinten raus. Nein, das geht so einfach, Mann. Das ist so komisch, wenn ich viele Tore hier fallen. Ich hatte es noch nie, dass Spieler so häufig am Ball vorbeigetreten haben. Als ob man den Ball nicht trifft. Ich dachte schon, er geht auch nicht. Ich dachte schon, er geht auch nicht. Ey, um... Okay, Verlängerung Krieg ihn nicht raus Oh Mann, egal welches am Willis war Abstoß Der muss drin sein, oh mein Gott Ich hab nix gesagt, oh was Der muss drin sein Auf Del Piero Er macht den auch nicht, er macht den auch nicht Oh, endlich Ich kann aber aufhören darüber zu reden, warum er die Lieder gemacht hat Wow, krass Kevin wäre sogar noch mal durch gewesen, wenn er Schiri weiter laufen gelassen hätte Unlucky Der Gegentor war auch ein bisschen komisch von uns Die waren auch Unlucky Ich weiß nicht, guck mir meine Statistik an Wer war mein auf dem Match? Chiero Mal schauen, mal schauen Ja doch, geht klar, dass wir gewonnen haben Aber auch ein starkes Match Kevin, Mann GG